Go Ninja, Go Ninja, Go! Go Ninja, Go Ninja, Go! 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 Oh, du ballern hier glaube ich mit dem Panzer rein. Ja! Ja, und mit dem Scharfschützengewehr. Fuck. Oh, ich brenne, komm mal. Leg dich hin! Kann ich dich doch retten, ist die Frage. Ne, bin mittlerweile auf dem Präsentierteller. Ah ja, jetzt bin ich doch. Ja, damit ist er auch wieder weg. Weil er nur bei meiner Panzerfaust rausgeflogen ist, wieso auch immer. Mann, stirb! Der hat fünf Kugeln abbekommen. Da läuft doch kein normaler Mensch mehr. Ja, ich glaube da rücken wir nicht mehr vor. Das verkackt man auch wieder. Ja, die pushen jetzt auch ziemlich gut. Versuchen wir mal B ranzukommen. B sind ein Haufen Leute von uns. B nehmen die grad schon ein. Müssen wir eigentlich versuchen. Äh, geh mal oben rauf. Auf die Zugbahn selber. Aber ich glaube, oben drauf haben wir mehr Chancen. Come on, ja, ich komm nicht. Na, der kommt aus dem Zug raus und gibt mir Instant. Vielleicht komm ich doch nicht. Ja, uns gehen die Tickets aus. Weil halt auch keiner aufhebt, ne? Ah, der hat das ja immer, ne? Ah! Ich seh den Glitzer noch von dem Scheiß. Triffst du auch? Ja. Ich sterbe! Helf dir! Hat nur ein bisschen gedauert. Ah, come on, da war noch einer, oder was? Ich bin halt der, der letzte, der übern Johan geht, ne? Der Widerstand der Alliierten war heftiger als erwartet. Wir haben uns aus Rotterdam zurückgezogen. Das Oberkommando will ein Ende der Operation. Darum wurde ein großer Luftangriff auf die Stadtmitte befohlen. Er wird den Rest des Widerstands auslöschen. Ei, ei, ei. Kein Bonus für nächsten Tag. Ja, ich würde mal gern wissen, was es da für einen Bonus überhaupt gibt. Ja, mehr Tickets, mehr Panzer, irgendwie sowas. Weiß ich nicht. Im Prinzip, wenn es da am Anfang rein scheißt, dann zieht sich das wie so ein Ruderfaden durch die ganze Map. Mhm. Also das ist halt echt krass. Ui, ui, ui. Also gewinnen wir jetzt, ne? Mhm. Dann haben wir die komplette Schlacht gewonnen. Haben wir doch letztes Mal auch gemacht in Norwegen. Haben wir da am Ende wirklich gewonnen? Auf jeden Fall war es knapp, irgendwie um zwei Tickets, ja. Krass. Und wir haben aber verloren. Stattdessen unsere Bomber sprechen lassen. Jetzt steht die Stadtmitte in Flammen. Der Feind wurde aus seinem Versteck herausgetrieben. Er ist ungeschützt und kann vernichtet werden. Ja. Was ich mal geil finden würde, so mein Haus in so einem Spiel zu erkennen. Das wär lustig. Ich mein, wenn man so in Rotterdam wohnt oder so, kennt man hier bestimmt ein bisschen mehr. Ja. Glaubt ihr, dass die da schon ein paar historische Bilder mitgenommen haben? Ja. Ja. Äh, ich bin mittlerweile schon 29 Mal gestorben. Lappen, ey. Du 26 Mal, Junge. Ja, kaum mal weniger. Siehst du? Wegen mir hätten wir noch drei Tickets, Jens. Ja, ja. Fick dich. Ja, ja. Wir haben einen 17,30. Neift. Ah, ja. Was wolltest du mit dem 17,30 sagen? Nix. Dass ich scheiße bin. Oh, du hast vielleicht den Rüst jetzt. Hä, wir haben nur A zum einnehmen? Ja, erstmal. Da kommt bestimmt noch mehr. Ist das jetzt so ein langer Dingens oder wie? Weiß es nicht. Wir nehmen erstmal einen. Alter, das dauert echt lange, das einzunehmen, oder? Ja, gut. Wir haben nur einen Mann mehr hier draufstehen. Dann lass doch mal die Gegner hier wegkommen. Was ist denn los? Ich seh halt keinen. Da war zum Beispiel einer. Wo? Vor mir. Da sind direkt zwei, ne? Ich hab mich dazu gelegt. Wirklich in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich mich hingelegt. Ja, ich leg mich dazu. Ist so bequem hier. Ja, ja. Ist ja auch. Muss ich jetzt echt da ganz hinten spawnen. Ja, ja. Natürlich. Das ist jetzt so eine riesige Operation, die alleine ist. Weil das allein nochmal eine dreiviertel Stunde dauert. Dann haben wir statt drei Folgen sechs Stück. Nice. Also die ganze Aufnahme in einer Folge, oder in einer Runde. Hier war doch gerade einer. Achso, das ist einer von uns. Das habe ich doch richtig gesehen. Ah, da sind drei. Da war auch noch eine. Es ist halt so bitter. Erst siehst du keinen und dann kommen sie zu dritt, zu vier, zu fünf. Ja. So ein kompletter Squad auf einmal. Wo rennen denn unsere Leute rum? Ja, formiert euch vor der Kirche. Intelligente Idee. Ja, nicht reingehen. Ja, du hast eine gute Idee. Vor der Kirche. Ich glaube einfach, hier geht es darum, wer das als erstes komplett eingenommen hat. Glaub ich nicht. Ey, ich komme rein in die Kirche und ziehe den Headshot. Ich bin gezwung. Inform! Achso, achso! Achso! Achso, achso! Achso? Achso! Ah, ich habe noch einen mitgenommen. Ich habe nur Sichtungshilfe. Wir haben uns gegenseitig geholt. Nice. Jetzt müssen wir A, B und C verteidigen. Wenn ich das richtig sehe. A, B und C. Nicht nur B und C? Ich glaube A. Ich sehe kein A. Ah, da A vorhin. Ja, ich habe es gefunden. Ey, du rennst auch am Arsch der Welt rum, oder? Ja. Und wir müssen laufen, da vorne sind Gegner. Uh, und da hinten auch. Ja, A, B, C verteidigen. Also so eine kleine Mission. Im Prinzip. Ja, kann nicht. Ich kann auch kacke hin und her gehen. Ah, da liegt ein... Oh, ich will der doch nicht. Molli, 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 Molli. Ja, und dann eine Splittergranate. Noch ein paar Wünsche. Leute, wie wäre es denn? Ich würde gerade den Finger draufhalten. Okay, dann nicht. Wenn der lieber ballert, dann sterbe ich halt. Wenn alle in Ordnung ist. So, ich spawn bei dir. Oh, die Bombe ist da. Ey, das Bombensymbol regt mich auf, weil ich zum Teil die Gegner da durch nicht sehe. Ja, genau. Er sieht mich noch durch den Rauch. Ich bin getroffen. Hilfe! Ich liege hier rum. Ich brauche einen Sanitäter. Ja. Dankeschön. So, bis jetzt sieht es gut aus. 46 Leute müssen wir noch töten. He? Wie? Dann. Ah, von der anderen Seite. Wat heißt es von der anderen Seite? Irgendwo an der Kirche. Ich bin auch tot. So, aber wir halten uns gut. Ah, wir haben noch nichts verloren und 27 nur. Ja. Also die halten wir echt gut zurück. Also wir haben hier schon... Okay, das ist nicht vermutlich, dann geht es wieder um E und dann... Ja, ja, um den mittleren Punkt halt und dann müssen wir wieder versuchen, den einzunehmen. Das Spielchen kann sich ein bisschen hinziehen. Ah, die gehen gerade zu B oder so. Okay. Nein, ich gehe auch down. Ja, die Bombe ist bei B. Aber ich weiß nicht, ob sie da down ist oder... Die ist down, die ist down, die ist down. Wenn du jetzt so ein schwarzes Fältchen kriegst, dann ist er nicht normalerweise down. Okay. Den Gegner nur noch. Na, die dürften wir hinbekommen. Einmal einfach, ja. Ohne, dass wir irgendwas verlieren hier. Das ist halt schon mal eine gute Grundvoraussetzung, würde ich mal sagen. Ich habe gefühlt noch nicht einen killen an diesem Parkteil. Also seitdem wir A, B, C haben. A, die komme. Okay, willst du zu A rüber? Nein, ich nicht. Komm, geh mal. Angriff vorbei. Ja, super. Passt vorbei. Wir müssen zu A rüber. Nein, ich habe es nicht geschafft. A wird fallen. Ja, A wird auch fallen. A zerstört, ja gut. Der Feind hat so eben viel Anwalt verstört. Aber egal. Nein, die haben keine Kills mehr von A. Alter, so Deaths haben sie keine mehr. Ja. Jetzt können wir den Feind zurückschlagen. Aber wir müssen aber auf jeden Fall wieder zur Kirche hin. Ach, da waren zwei oder was? Ich begebe mich auf jeden Fall schon mal zur Kirche. Das Problem ist, hier stehen einige. Ah, die campen das halt noch so ein bisschen ab. Einfach noch eine Granate dagelassen, das ist die Hauptsache, denke ich. Oh, von hinten. Nein, ach komm. Ey, ich bin halt wieder Instant Down, weil er mir in den Kopf schießt. Und nur in den Kopf. Vor allem, das trifft der gar nicht. Die Waffen haben zwar Rückstoß wie Scheiße, aber hey, der schießt nur in den Kopf. Ich kann ihm nicht hochhelfen. Ja, geil. Ich bin verbrannt. Glaubst du doch nicht. Ich bin bei dir gespawnt. Hier ist ein Corner, da. Nice. Wir müssen rein. Nein, ach komm. Ah, fuck, ich geh auch dran. Ich hab ihn nicht gesehen, ne. Unsere Leute wieder keinen Drang auf A zu gehen, oder wie? Ja, aber nicht. Die wollen das einfach nur verteidigen, wahrscheinlich bis zum Ende. Ja, ist aber auch blödsinnig. Frage ist auch, wer gewinnt's dann. Aber wir haben jetzt A eigentlich gerade Oberhand zugegeben. Wir haben ein Ziel kaputt bekommen. Ja, wir liegen hinten quasi. Wir liegen hinten. Ich leg mich jetzt hier saufrecht irgendwo hin und warte. Ich lieg zwar nicht, aber viel anders mache ich das auch nicht. Na, geht doch. Ja, wer war erobernst. Das war gute Arbeit. Wir haben Ziel Anton erobernst. Jetzt muss der Sektor nur noch geräumt werden. Und ich hab mitgeholfen. Ich, ja. Ich werf ein Munitionspäckchen raus. Ey, den kann ich wieder nicht heilen. Fuck, der kann mich oben nicht durchheilen. Wo bist du? Ich bin, äh, tot. Bin Richtung Glockenturm gelaufen, aber man konnte da nicht hoch. Okay, wir müssen vorwärts, ne? Fuck, 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 fuck! Und da ist keine Deckung! Ah, fuck! Der eine hat damit gerechnet, dass ich von hinten komme. Ey, wir haben halt fucking wenig Tickets. Und die, wie schnell die runtergehen, ne? Ja, weil dich halt auch keiner hochheben kann. Ihr fühlt. Du bist direkt im Kampf? Du kommst runter, bist im Kampf? Ne, ich bin jetzt erst wieder gespawnt. Jetzt bist du wieder nicht hochheben. Jetzt. Wir haben halt nur noch 56. Wie geht denn das, bitte? Versuchen wir mal einen anderen Punkt. Uh, okay. Wollt grad sagen, ne, mir sind 100 Leute. Wenn da mich keiner von holt, ne? Dann verliere ich aber den Glauben an die Menschheit. Ich hab ihn zwar eh schon nicht, aber... Ich bin jetzt nicht Cap. Ich bist ein bisschen Pass. Ich bin sofort hinzaupern Poll.